So meine Freunde, wir sehen uns da am Start für euch. Ich begrüße euch zum nächsten Video unserer Rowing Skies Booster Openings. Das passt gar nicht so richtig zusammen hier. Ähm, sag auch an. Wie viel von rechts, wie viel von links? Müsst nicht neun kommen. Fünf, vier. Von was? Na, fünf rechts, vier links. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier. Okay. So, was sind das? Neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Kannst übrigens mal das große Licht anmachen. Kannst nämlich lassen, ob es dunkel wird. Es regnet ja. Damit die Leute auch mal sehen. Es regnet nämlich grad bei uns. Ja, es geht, ja. Kann man nehmen. Ich hab so viel in den Licht. Kann man nehmen. Gucken, ob meine Elf jetzt irgendwo was ausspricht. Nee. Auch nicht viel. Aber es wird schon gehen, oder? Es nutze ich mir halt immer nach so fetten Studio leuchten. Dann tue ich ja alles ausleuchten bis zum Gettner, bis sie gar keine Schatten mehr ist. Ähm. Moment. Code. Eins, zwei, drei. So. Es geht los mit... Navitaub. Navitaub. So, sagt sie. Mit Heiko dem Kevin. Also Wall-E. Ähm. Na? Shiloko. Shiloko. Wingal. Binickel. Jetzt weiß immer noch keiner von uns fällt, wie das Ding hält. Pikachu. East Color. Mauti. Shopee als Hulu. Und Barney als Rare. Hab auch schon mal. Aber Shopee und Barney in einem Booster? Ja. Ordentlich schlecht. Ja, das wäre auch cool gewesen, weil alle Bete Hulu gewesen wären. Das hätte ich leicht gefallen, muss ich sagen. Mal gucken, ob du Glück hast bei sowas. Was ist das wirklich als Booster? Von der Hälfte egal. Ja, ich will gucken, ob du jetzt Glück hast bei der Auswahl. Was denn? Kindwurm hast du ja. Na, Kindwurm haben wir auch zu genug gehabt schon. Ein Glück habe ich dann diese, diese, diese Karten, diese Code-Karten online per QR-Code einlesen, ey. Dort müsst ihr ewig. Oh, Skokro. Skokro. Aber nicht so ein schönes Artwork nicht so. Das hält mir jetzt nicht so. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich finde, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich finde, das ist schöner. Das weiß ich gerade nicht aussieht. Äh, Switchhammer, Tropiushammer, Vigoon, Kindwurm. Wir haben, wir haben Minkada. Dusukro. Ich kann mich gerade mit drauf. Dance Boss. Dusu. Roll to ball. Wir haben Hulu Waumpel. Yeah. Nochmal. 90. Ach, Schwalboss. Schwalboss. Wir haben Schwalboss als Rare. Oh, nicht schlecht. Oh, nicht schlecht. Wie gesagt, wenn jetzt die Booster Openings durch sind, spiele ich auch mal Online-Karten-Game. Ja, ich habe dann drei Displays insgesamt und die ganzen Codes damals von Gate to the Games, die ich mir bestellt habe bei denen. Ja, gut. Jetzt müsste man wieder was holen können. Da müsste man wieder was holen können. Da müsste was holen können jetzt dabei. Ich habe auch Haufen die X-Karten getautet. Da hast du aber auch so schon ein Fältetrieb mit X und so. Das ähnlich, was ich mir vielleicht noch organisieren müsste, wäre Energie. Aber ansonsten ist das kein Ding. Also wenn ihr Energiekarten habt, ihr abgeben könnt im Online-Karten-Spiel. Wäre ich sehr, sehr gern. So. Wir haben den Ultrawall. Penipon. In der Sammlung wird vollständig über Switch. Rassadero. Panikon. Panikon. Tratiden. Wir haben Nato als Extended Out. Sehr selten diesmal irgendwie die Extended. Im letzten hattest du... Im Proto-Shock. Im Proto-Shock hattest du sehr, sehr viele. Da hast du auch viele... Wingull. Oh, Scumery als Holo. Aber nicht als Staus und als Normal. Wunder nicht. Wunder. Wunder. Wie ist es? Absurd. Als Reverse-Holo. Oh, sehr, sehr cool. Freilich. Schick, schick, schick. Auch ein schönes Affe. Da kann ich endlich mal die ganzen DPL-Art-Looks ein bisschen umbauen. Ja. Da gab es nämlich kein schönes Absurd-Art-Works. Da kann ich jetzt mal einen Dorn. Ah. Passt schon alles. Passt schon alles. Hatte ihr euch gesehen, dass ich jetzt in meinem Team zum Beispiel das neue Art-Works von Tobi, Christoph und Trago waren drin habe? Oh, das will ich nicht aufgehen. Bestimmt irgendwas Gutes drin, wenn die nicht aufgehen wollen. Ja, ich katsche. Hey. Das ist die erste Karte, chill. Die erste Karte ist immer Mist oder wie? Meistens ja. Eins, zwei, drei. So. Navi-Taub. Ja? Hast du gut gelernt? Ja. Ich bin langfällig, sagst du auch schon immer. Beleber, Glade-Spirit-Link, Pikachu, Waumpel, Begoon, Bineto, Gligarh. Oh klar. Wir haben Holo Togetic. Wuhu. Und? Drache. Drache. 150. Tragoan. Als Rare. Kein Holo. Schade. Ich hab' noch als Holo gehabt. Aber man kann nicht alles haben. Auf alle Fälle Togetic als Holo. Auch nicht. Ich weiß, kriegst du noch einen guten Tragoan. Das ist doch cool. Hast du noch ein paar gute? Ein paar, ja. Nicht vieles denn. Es ist nicht mehr. Bloß noch 18. Und die, die hier liegen. Wie gesagt, wir brauchen halt keine Tragoan. Wir brauchen die Ex-Korten. Das ist halt das. 1, 2, 3. Deswegen könnte ich mir auch niemals vorstellen, anzufangen mit dem Kortenspiel normal. Das ist so ein Geldfresser. Auch wenn ich's billig krieg. Ja. Special Anstieg. Wo kann ich ja die Karten auch inseln holen bei Pikachu-Game. Das geht natürlich durch. Dragoneer. Wir haben den Latios Spirit-Link. Wir haben Gligar. Wir haben Voltorb. Wir haben Inkai. Wir haben Abilical. Rassladero-Halucha. Wir haben Holo-Drachen-Energie. Aha. Und wir haben... Geist. 90 Geist. Bané. Bané. Sehr geil. Richtig geiles Ortdruck, finde ich. Für Bané. Und das Regen da draußen. Und ein Glück bin ich drin. Ein Glück bin ich drin. Ein Glück müssen wir nicht machen. Das Leben eines Nerds. Ein Glück bin ich zu Hause. So. Nächster. Und bloß noch vier. Hier war das schönes Wetter. Lass zocken. Ähm. Code-Karte weg. Eins, zwei, drei. Siehst du, ich dachte, da gibt es auch noch Voltenzo. Sehr geiles Outlook, finde ich. Manectric Voltenzo. Mega-Turbo. Ist schon was mit Mega-Entwicklung zu tun. Ähm. Ich weiß nicht. 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 Sehr schön. Tropius. Begun. Äh. Fritzlblitz. Fritzlblitz. Fritzlblitz und Tente zusammen. Ist nicht schlecht. Taillow. Also Schwabini. Urwei. Nochmal. Lucha. Fritzlblitz. Massenweise. Oh, yeah. Holoduzelgur. Oh, yeah. Hm. Was? Achso, nee. So was habe ich schon nicht geguckt. Oh, eine EX. Na, was ist es? Geist. Nein. Nee? Sicher? Das ist Mega-Gelate. Aber das hat nicht eine Geist-Energie. Das ist Psycho-Energie. Keine Geist-Energie. Das ist Mega-Gelate. Als normale EX. nicht als Full-Art. Weil die halt so glatt ist. Ich will auch nicht kurz noch rumtouchen. Ja, und weil es auch kein Full-Art ist. Ja, aber Full-Art sieht anders aus. Ja, du hast gesagt, weil die so glatt ist. Naja, das merkt man halt. Diese richtigen Full-Art-Karten haben halt so eine kleine Struktur drin. Das merkt man halt. So. Die kommt natürlich mit hierhin. Zu unserer Mega-Late-Gelate. Also die Mega-Karten haben wir schon mal alle da. Die gibt es jetzt auch auch Rayquaza. Rayquaza Full-Art wäre halt episch hoch 10. Ist bestimmt noch einiges wert. Ja. Also, du hast auf alle Fälle Glück gehabt mit deinem Booster. Du hast auf alle Fälle schon mal eine EX gewonnen. Weißt du, kriegst du halt nur noch was zu essen. Wann ist aber nicht. Ansonsten wärst du nämlich in den Kalakos draufgegeben. Ach, verdammt. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ähm. Krass, komm weg. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2. Da ist sogar Heiko der Kevin drin. Das ist ein Victini. Nur am Ohr erkannt. Als Rare. Ich mag die Volle und die Wausse. Aber Victini ist nur schlecht. Victini ist knüppig. Ich weiß gar nicht welchen Tier das ist. Ist doch egal. Nächsten DPL Season. Das ist ein anderes Team. Victini ist gar nicht mal so unnütz. Genau. Deswegen ja. Das ist halt wie Celebi. Ist halt auch geiles Pokémon. Hat aber eine Käfer-Schwäche. Und Victini hat eine Unnicht-Schwäche, eine Wasser-Schwäche, eine Bodenschwäche. Und die hat auch viele Schwächen. Und Käfer-Moves sind jetzt nicht so mega häufig im Battling zu sehen. Nur in euer DPL. Oder eine in Signature-Käfer. Naja das auch mal zweitens. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Wir haben den Switch. Wir haben Gliscor. Navitaub. Ich kann mir das immer nie merken. Wir haben Pikachu. Wir haben Nato. Wir haben Habitak. Wir haben Voltoball. Wir haben Iskala. Wir haben Holo-Talo. Also Hulu-Schwabini. Hunde. 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 Auch Panzer-Eron. Panzer-Eron. Scourmory. Als Rare. Wir haben das ja schonmal als Hulu gekriegt. Aber nicht als... Also nicht als Rare. Hunde ist eigentlich besser als Rare. In dem Sinne. So. Der letzte Booster für das Video. Für unser Opening hier. Das schaut, wenn sie sowieso da auftreten. Ja. 15 Minuten braucht jetzt ein Booster-Opening aufmachen. Ja. Braucht halt mal eine Weile. So. Codes weg. Eins, zwei, drei. Komm, die Hex muss jetzt noch drin sein. Du brauchst aber auch nur so lange, weil du die Namen nicht kennst und immer ewig überlegst. Genau. Ultra Ball. Tropius... Steven. Steven Stone. Roy, oder? Ne, nicht Roy. Ach ne, Troy. Troy. Ähm... Wingull haben wir. Naja, war nah dran. War Blue. Chopee. Fletchling. Dartiri. Togepi. Nochmal Holo-Binnacle. Und... Nochmal Rare Schwalbos. Ja. Es gab jetzt nicht so die mega guten Pics außerhalb unserer EX und ein paar Holos. Könnte immer noch besser sein. Könnte immer noch besser sein. Vielleicht gibt man noch Zapdos als... Ähm... Holo. Also ist auch nicht schlecht. Mal gucken. Mal gucken wir nochmal an, was wir als Holos hatten oder als Rares. So. Wir hatten Bunny als Rare, Binnacle als Holo, Schwalbos als Rare, Taillow als Schwalbini als Holo, Skarmory als Rare, Ninjask als Holo, Victini als Rare, Düsselbur als Holo, die Doppel Special Drachen Energie als Holo, Herbbané als Extended Art, Rare, Torgetik als Holo, Drogonai, 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 Drogonai ist ein scheißegal, ja, als Blitzgeil, ähm, als Rare, Scarmory als Holo, Absol als Extended, äh, Extended, äh, Absol als, ähm, Reverse Holo, genau. Ähm, Wampel als Holo, ähm, Schwalbos als Rare und Choupé als Holo. So. Natürlich hatten wir noch unsere EX von Mega Galadladi. Richtig schicke Korte. Richtig, richtig nice. So, 2 Runden Booster gibt's noch, also 18 Stück. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück und noch ein paar EX-Karten raus, ich hoffe's mal. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, haut rein und ciao.